Wir haben sein lang gewünscht, jetzt ist es soweit. Bern hat ein neues Hallenbad, Schwimmhallen Neufeld. Kommt vorbei, schwimmt im 50-Meter-Bäckchen, guckt vom Sprungturm, geniessen den Whirlpool. Die Schwimmhalle ist 100 Stunden pro Woche für euch offen. Eine grosse Freude für die Berner Bevölkerung. Das Dach der Schwimmhalle gleicht einer Welle, symbolisiert das Gehen und Gehen, das Hin- und Herschwimmen im Wasser. Also, hereinspaziert und herzlich willkommen in der Schwimmhalle Neufeld. Es ist nicht super, unsere Schwimmhalle. 50 Jahre haben wir darauf gewartet, aber jetzt ist sie da. Dabei vergisst man, dass das technisch extrem anspruchsvoll ist. Aber hier sind Bauleute nicht während des Bauern ins Schwimmen gekommen, sondern sie haben im Termin, im Preis, in der Qualität geliefert. Jetzt ist alles bereit, wir können schwimmen gehen. Und hier finden wir, dass das ganze Zeit für die Berner-Bäckchen und Jerensbäckchen sind. Untertitelung des ZDF, 2020